k vorgucken das habe ich mir auch gerade gedacht Der hat auch eine ganz andere Fährbunkte. Ist das jetzt hier etwas schwer oder was ist das? Egal, das sieht süß aus. Das hört sich ja gut an, was? Die Wölfe sind cool. Das ist ja niedlich, ne? Total verpennt. Jetzt kommen die raus. Die sind ja dämmerungsaktiv. Der ist ganz schön fett. Wenn man das mal so sieht, ne? Sieh. Oh. Die hat ein richtig niedliches Gesicht. Süß.